Leopold, nimm mal bitte. Danke. Bitteschön. Danke. Alles in Ordnung? Ja. Alles in Ordnung. Ey. Du bist wirklich ein schlechter Lügner. Das hast du nicht von mir. Ich will nicht drüber reden. Medienprobleme? Jungsprobleme? Mama. Tut mir leid, ich wollte dich nicht drängen. Darf ich? Guck mal. Egal, ob Jungs oder Mädchenprobleme. Der Papa und ich, wir werden dich immer lieb haben. Das weißt du, oder? Ja. Moment. Moment. Ich bin zu lange nicht mehr. Jetzt bin ich, ich gebe ihn dir. Was? Die Oma ist am Telefon. Sie will dir noch einen schönen Urlaub wünschen. Nein. Tschüss zum Beispiel, ich hab dich lieb. Nee. Wirklich nicht. Ja, ja, ja. Sofort, wenn wir zurückziehen. Okay? Gut, dann mach's gut. Ja, mach dir keine Sorgen. Okay. Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss. Pass auf! Hallo? 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 Kann ich Ihnen helfen? Wo ist mein Sohn? Wie heißt denn Ihr Sohn? Martin Semmeling. Er war in einem Unfall mit seiner Frau in meinem Enkel. Okay, ganz ruhig. Ich schau sofort nach, ja? Kommen Sie mit. Dankeschön. Leoport? Leoport. Leoport. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Lass dich anschauen. Wie geht's dir? Wo sind Mama und Papa? Ich bin immer für dich da. Ich bin immer für dich da. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja? Wir müssen los. Ja? 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 bester Freund. Das ist ja ein Nebensatz in irgendeiner scheiß Zeitung. Even now it's all about them. Is this a good bye? Ich habe es nicht gesehen. I didn't say goodbye. I didn't know how much you meant to me. He knows. Hey. Ich hab dich was gefragt. Was denn? Ob du diese Norm mal angesprochen hast oder nicht? Nee. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Was soll ich dem denn sagen? Lieber Noah, ich wärme meinem Freund Leopold schon seit drei Wochen von dir vor. Du hast so wunderschöne Haare und so unglaublich tolles Lächeln. Ich glaub ich hab mich verliebt in dich. Dir erzähl ich auch gar nichts mehr. Danke. Wofür? Da wir, dass wir Freunde sind. Aber du möchtest mich jetzt nicht küssen, oder? Immerhin hab ich nicht blondes Haar, was golden glänzt, wenn ich aus dem OP komme. Du bist so doof. Du auch. Hey. Hey. Hey, ich hab gar nicht geguckt. Selber schuld. Unverschämt. Na gut, ich geb dir noch ne Chance. Nee, danke. Wir haben noch was vor. Ein Date? Aber ich bin noch gar nicht vorbereitet. Klar. Du vor allem. Los, Mutter Theresa. Wie kommen wir noch zu spät? Wohin zu spät? Das siehst du gleich. Oh, so bist du ganz attraktiv. Du bist schuld, wenn wir zu spät kommen. Kann man zu spät zu seiner eigenen Überraschungsparty kommen? Jetzt guck nicht so. Vorher weißt du, wie ich gucke. Na, so gut kenn ich dich dann doch. Toll. Jetzt heißt es wieder, ich hab's dir verraten. Marcel, du willst mich eine Viertelstunde vor meinem Geburtstag irgendwo hinführen. Also entweder machst du mir gleich einen Antrag, oder er hat eine Überraschungsparty für mich geplant. Da du jetzt weniger der Romantiker bist. Siehst du, so gut kennst du mich dann doch wieder nicht. Was? Ein Antrag? Und ich trage nicht mein schönstes Kleid? Was ist da los? Los jetzt. Kommst du? Habe ich dir schon mal gesagt, dass diese Freundschaft zu denen gehört, die ich am meisten bereue? Nicht oft genug. Gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass du's weißt. Vorsicht, Stuhl! So. Wir sind da. Vorsicht, Stufe! Dreckst du mich nicht, würde ich werden? Später vielleicht. Lass die Augen zu. Sind die zu? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Happy Birthday. Happy Birthday! Hey! 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 Cool. Danke dir. Du wirst ja nicht sagen, dass das alles deine Idee war, oder? Natürlich nicht. Jetzt könnte jemand sehen, was für ein großes Herz du hast. Mein Ruf wäre ruiniert. Danke dir? Wow. Oh, man. Oh, man. Get the sleep. Yeah. Die Angst haben, war nicht. Gott, sag ihn. Stop, sag ihn. So, sag ihn so, doch. Du wirst ja nicht. Wirst ja nicht. Na, in mir. Die Angst ist. Vielen Dank. Weißt du, was du sagen willst? Schaffst du das? Danke. Amen. Amen. Heute haben wir uns versammelt, weil ein Freund viel zu früh von uns gegangen ist. Leopold war ein treuer und enger Freund. Was für ein Scheiß. Was soll das hier? Muss ich euch ernsthaft erzählen, wie toll Leopold ist? Jeder weiß, wie er aussieht, wie er redet und wie sein Lachen klingt. Aber ich weiß, wenn ich ihn anrufe, wird keiner drangehen. Egal wie spät es ist, egal wie albern er meine Probleme findet, es wird nur noch seine Mailbox drangehen. Und das weiß ich, weil ich ihn in den letzten Tagen so oft angerufen habe. Ich will einfach nur noch einmal seine Stimme hören, aber er geht nicht dran. Hier war auch angerufen. Gehen Tag. Ich war ja noch da. Dann waren wir alle noch zusammen im Urlaub und haben gelacht und jetzt nichts mehr. Gar nichts mehr. Weg. Ich verstehe es einfach nicht. 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 Es tut weh. Jeder Moment tut weh. Aber Leopold hätte gesagt, Oma, jetzt ist aber mal gut. Mit seinem strengen Blick, der so weich und voller Liebe ist. Und das ist, woran wir uns erinnern müssen, an die Liebe, die er uns gegeben hat. Und die müssen wir zurückgeben, an alle. Ich weiß, es ist schwer. Ich will auch wutend sein und schreien und weinen. Und das dürfen wir. Aber dann müssen wir anfangen zu lieben und stolz zu sein, dass wir lieben. Keiner von euch soll sich verstecken. Jeder, der mutig seid, wie er ist, gibt anderen auch den Mut zu zeigen, wer sie sind. Ihr seid genau richtig, wie ihr seid. Lasst euch von niemandem etwas anderes einreden. Da draußen in der Welt sind mehr Menschen, die dich lieben und akzeptieren, als du denkst. Ich liebe euch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020